Bundesrat Guy Parmelin ist heute in China eingetroffen. Nach einem Essen mit dem chinesischen Premierminister sagte Parmelin, mit chinesischem Essen ist es wie mit der Reitschule. Es brennt immer zweimal. Weisst du, was es zu essen gab? Frittierte Schlangen und das Filet vom Hund. Ich finde es so speziell, dass Parmelin nach China gereist ist. Weisst du, ältere Männer, wenn sie nach Asien reisen, gehen sie doch sonst immer nach Thailand. Guy Parmelin zeigte sich in einer ersten Stellungnahme befriedigt über den Abschluss eines neuen Handelsabkommens. Das haben wir gar nicht als Pointe nie geschrieben, aber das ist eine gute Wut.